Leute, wir haben hier einen Fall von, ähm, wir haben hier ein zwölfjähriges Kind sitzen und, ähm, ich habe gerade Wondermans gegen gemacht, habe ihn zerstört und, äh, Ragekart komplett ab, ihr seht gerade, er steht hier einfach rum, und im Teamspeak nebenbei, ähm, tut sich absolut gar nichts, außer dass man dauerhaft hört, also er irgendwas gegen die Watt schmeißt oder sowas, also richtig, richtig witzig. Jetzt halt er, jetzt halt er sich bewegt, jetzt halt er sich bewegt, jetzt geht es ja, ne, ich, ich... Hey, ist sie da? Ja. Okay. Es ist gut, eh? Jetzt nehmt er wieder Anlauf, Moment! Das ist absolut respawn. Willst du mich verarschen? Nein. Hör auf damit! Gleich kommt die Nachbarn! Ja Leute! Deswegen Leute! Seid einfach gechillt! Ihr habt es gerade gehört, im Hintergrund kam einfach die Mutter an und hat gesagt, Hör auf damit willst du mich verarschen! Gleich kommt die Nachbarn! Leute, jetzt nochmal kurz abschließende Worte und zwar das Video ist nicht gefaked. Nichts davon, was ihr gerade gesehen habt, ist gefaked. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das weiter ausgegangen ist zwischen den beiden. Wahrscheinlich ist die Mutter komplett ausgerastet und der Sohn ist dann einfach weg. Soll man sagen. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt euch in den Kommentaren, abonniert den Kanal und schreibt es sich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Doh!